hallo und herzlich willkommen zum zweiten video hier im titel seht ihr der erste shop in season 7 gleichplätze so ist geist doch vier von zehn die potestlich auch vier von zehn für die potter ich nicht spielen was die elfter ex also viel von zehn ist ziemlich schlecht so empfinden wir kommen denn die wo kommen jetzt die musik nach du hast ganz andere muss auch das neue musik dann haben wir den ort erstmal in stage lehrer ich finde den gar nicht so schlechter kriegt von mir der gras über kriegt von mir sechs von zehn sind da finde ich grausam hier unten drei von zehn 18 7 von zehn wenn mama swing tool swing tool schauen mit mit so einem mikrofon ständer 1 so haben wir den hot ride 10 von 10 den habe ich mir sehr aufholen mega geil jetzt haben wir den hula von mir kriegt der hula 840 ok ok hier von zehn jetzt rein stone rider 0 von 10 5 und 10 absolut zero hier ist das erste mal zumal an den rand sitzt das erste mal dass ich dem tatsächlich jetzt hier eine bessere note gebe also ich finde den jetzt richtig cool eigentlich mit von jetzt sieben von zehn tactics lila rote hose dann hier unten noch mal wieder das sieht so unfassbar schlimm aber es gibt nicht nur noch 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 gehen sondern es gibt andere hast du dich gemacht doch und ist der andere und und und